Hallo, ich bin Dietrich. Ich wollte euch ganz kurz vorbereiten auf die nächsten paar Wochen, was wir vorhaben. Wir haben hier jeden Donnerstagabend unsere kleine Zusammenkunft. Ich möchte gerne die nächsten Wochen widmen der Biophysik. Jetzt am Donnerstag werde ich nochmal die fünf Ebenen des Heilens besprechen, in einer bisschen gedrängten Vorlesung, ein bisschen über eine Stunde, um unser philosophisches Prinzip nochmal klarzumachen. Bei uns ist jede Heilmethode, aber auch jede Erkenntnis von Angriffen auf unsere Gesundheit verständlich gemacht durch das Modell der fünf Ebenen vom Heilen. Das ist eine Idee des menschlichen Daseins, die eigentlich zurückgeht auf den Begründer vom Yoga, Patanjali, mehrere tausend Jahre zurück, der von den fünf Hüllen gesprochen hat. Und dann dieses System wurde dann übernommen von vielen anderen, von Krishnamurti, habe ich es kennengelernt, und der anthroposophischen Bewegung von Rudolf Steiner, wo jeder dieses System ein bisschen versucht hat, auf die Zeit zu bringen, in der die entsprechenden Leute gelebt haben. Und jetzt so, was die Details angeht für die nächsten Wochen, was ist Biophysik? Biophysik ist einfach, den Körper und unser Wesen zu verstehen. Und da wollen wir einen tiefen Einblick gewinnen, wie wir das einmal feststellen können, wo Probleme sind. Und da ist unsere ART-Methode mit Sicherheit führend. Und das Schöne an unserer Methode ist, die uns geholfen hat, den Wert von vielen Dingen zu erkennen aus der Biophysik. Und das Schöne an Heilmethoden haben im Moment, die jedem von euch zur Verfügung stehen, auf die wirklich medizinischen Lösungen, die für jeden machbar sind. Ja gut, also ich freue mich auf euch und bis Donnerstagabend. Tschüss. 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 Tschüss.